Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Was ist los? Drachen? Vielleicht Bis zum nächsten Mal Ja tschüss So, äh, I've discovered Strom's corpse, maybe I've, I went too deeper into Nuance Cell 1 I can, achso, Nuance Cell, I can find the rest of the group, hopefully they're still alive Äh Vorsichtig Ja, gut zu wissen, dass ich hier dann doch nochmal rein muss So Äh, richtig Aber das macht den, wo sind eigentlich meine Begleiter hin? War ich mich gerade auch so? Naja, egal, man wird sie schon finden Äh Äh Richtig Äh Okay, äh Erik, Rack und Einer befindet sich anscheinend schon hier in dem Raum Ich höre jemanden Ich höre, glaub ich, äh, Siwana Oder? Oder? War das Siwana? Oder? War das Siwana? Ich höre und den Dinger wie den letzten Mal Folgt ihr mir nicht mehr? Ich sehne mich nach einem Kampf Ähm Ähm Wait here, you need to do something Mal gucken, ob die mir dann Die folgt mir schon mal Zumindest schon mal Ich brauche Licht So Ich habe vom Tod genug für drei Leben gesehen Aber eines guten Todes werde ich nie wieder versuchen Die Frage ist nur, wo ist Siwana, ne? Werde ich ja auch Da, achso, das ist Mjoll Irgendwo hier ist einer Da oben Frage, wie kommt man da hoch? Das ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht Oh, hier ist noch eine Tour dahinter Das könnte sich eventuell lohnen Mist Nein So, ich fahre besser So, ich fahre besser So, ich fahre da Aha Ehm Au revoir Oh, Siwana Mensch Was noch? Ich bin auf Burg Wolki, Haaf, als ihr mich braucht Braucht ihr etwas? Äh Zeit neue Abenteuer zu erleben Richtig So, sie folgt mir dann hoffentlich jetzt Ich hoffe Das klappt Okay, perfekt So, nicht mehr streiten, ne? Ich will hier nicht noch so ein Schlamm-Catchchen sehen Ähm Wie genau Kommt man da hin? Ich speichere mal, ich glaube das ist unter wie jetzt so ein Centurion oder so, ne? Oh Krak Ja, Krak lebt nicht mehr so gut Ich weiß Ich weiß Ich weiß, dass wir tief genug sind Wir haben Wir haben Stadt Die Stadt Wir haben Unter museums Nein Die Stadt Die Stadt Es gut Und uns Oh Ich bin Huh Es ist ein bisschen mehr zu explore, aber so far es ist nur eine Verhandlung der Spiders und wir sehen uns auch ein Wubbel. Hopefully, wir kommen zu den Main Wunnen, damit ich hier ein Camp beginne, die an die Arbo zu finden. Was ist das? Was ist das? Nehmen wir mal mit. Was ist das? Aha. Ja, war wohl nicht so leicht zu verteidigen. Da ist die Arborie. Wow. Aua. Ohne Begleiter. Danke. So. Ja. Ja, 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 ja. Das sind die Dinger, mit denen man nicht rechnet. Nein, bitte nicht. Aua, nein. So, Tschüssi. Du wirst nicht, wie lange ich lebt bin. Was ist da? Oh, die sind ja die verpackten Fallmeer. Was sind das? Und das auch noch ein Fallmeer Schleicher. Ey! Jetzt bringen wir es zu Ende. Ah, okay. Äh. Äh. Okay, irgendwas Großes läuft da lang. Das war ja super. Na, aha. Dach, Yen. Aua. Äh. Aua. Äh. Nichts. 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 Es ist so leid. Nein. In der Nähe. Es ist nur ein paar Stunden, zu Quack die Back Gate. Maybe I'll donate a cup or two. But Quack says he knows some private buyers who will pay handsomely for a working trinket. There has to be one in here. The side doors are all locked. But this chest should have one or two things of value. When I get out of it, I'm going to buy myself a castle. Ich hoffe mal, dass wenig sich der letzte überlebt hat. Hier ist ein Schloss. Aber wenn die schon sagen, dass die sich ein Schloss kaufen, dann muss der auch was wertvolles hinter sein. Nein, auch nicht. Ist das schon zu weit? Das ist schon zu weit. Scheiße. Ah. Ja. Auch interessant. 5 Gold. Juwelen als Kette. Ja, gut. Alles nichts so besonderes. Ja, auch nicht. Oh. Nee, hätte jetzt gedacht, aber ja, irgendwie mehr. Ja. Noch eins, aber dahinter ist nicht mal ein Schloss. Ich könnte mal Licht wieder anmachen. Oh, eine Truhe, ein Amethyst, die Dresche, Gold. Interessant. Okay, was haben wir hier? Da ist eine Falle. Huch. Ah, okay. Schöne Wände fällt mir gerade mal so auf. Ich bin gerne anscheinend irgendwie dieses Ding falsch rum, weil die Fallen alle für die Rückseite gedacht sind. nicht. Habe ich das Gefühl. Okay. Ähm. Was sind die gefährlichsten, aber auch die lukrativsten Ruinen? Die Zwerge müssen ein Wunder. Ja, ja. Also irgendwo muss ich hier doch weitergehen. Oh. 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 War ich da oben schon mal? Nein. Scheinbar nicht. But, hier geht's auch noch in Schuern Pathol. Sooo. Aha. der ist so einfach. der was sie sie ach in die kontrol unit interessant so ich weiß nicht was sie war da ist es ist doch ein bisschen merkwürdig also irgendwas mit einem fall werden doch nicht normal ja na gut dann so mir ist bestimmt die falle aus ja ein bisschen schon was das denn entweder kannst du es ist eine elfen great wings plate trank beschafft folgt ich habe irgendwas schweres aufgenommen glaube ich oder da find me fighter ja ok ah hallo after making our way down to mine and through the spirals we finally made it to the new and shuttle problem they've portal city into the very cave war that tells it amazing john's are the humans with life but it's garden slide dormant hopefully we can learn more as we go deeper and this area seems to be where two of the city families left we spent some time studying the street outside the dwellings but cannot find figure out what its significance is strong will be made remaining behind with one of the students of it further study this area in great depth i look forward to reading these notes and us on the subject today we entered the city armory the farmer have yet to break into the best of their dwarven's good things to the study drama looks iris said he would be able to get into the vault and would send word when he is in the spiders gave us much much trouble but we would could have foreseen they've been the only thing keeping market safe after exciting the armory we've made camp but the farmer have been watching us and finally tired of our intrusion they came while we slept and slaughtered what guard the were left me video forgive me for using my students as a distraction to get away but i have to bring this place back to life too many couldn't hit switch t r bush i i t r i you you die spinnen auf so was genau müssen wir machen nein der pierce natal party was weibed out trying to reactivate the city's defense eine to find the level stop ins journal menschen den dick gewählt also wir müssen die hier verteidigung ist eine richtung der stadt wieder herstellen was ist das entsehungser bei hinterlässt du irgendwas nö du warst ja auch nur ein geist nein was wir hier gerade warten einfach nur der tatsache wegen das dann meine gegner wieder normal sind es kann ja nicht angehen so wie es jetzt ist wenn sie den normalen gegnern dreckens die school of mayhem okay drücken wir den hebel find someone who knows about the expedition ja dann und was haben wir denn hier ja ein granat stein bis zu den ultimas stamina sammle ich den noch ein ähm wenn ich mir gerade nicht sicher der höchsten der ultimate stamina macht ich noch ja nicht dass ich hier von meinen mustern abweichen ne versteht da so ähm aber ich würde sagen wir machen der cut bis zur nächsten folge ja 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 Vielen Dank.